hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache diesmal geht es um den jugend dezernenten des landratsamt alp donau kreis das ist der herr josef barabasch der ist im grunde der chef der chefin des jugendamt alp donau kreis und dieser herr josef barabasch hat eine kindeswohlgefährdung begangen bevor ich da jetzt mehr dazu erzähle noch der hinweis wenn ihr benachrichtigt werden wollt über neue videos dann abonniert den freifam kanal auf youtube und aktiviert die glocke damit ihr auch wirklich über alle neuen videos informiert werdet ja in unserem fall ist es ja so dass aufgrund von lügen des jugendamt alp donau kreis also jemanden dem der herr josef barabasch vorgesetzt ist unsere kinder mich ihren vater also drei von unseren kindern sind es gerade noch nicht sehen zumindest nicht als freie menschen im eltern kind verhältnis sondern nur im rahmen eines begleiteten umgangs unter bewahrung von zwei frauen auch noch und das ganze deshalb weil ich angeblich ja und diese lüge hat eben das jugendamt alp donau kreis angefangen und gestrickt weil ich angeblich unsere kinder schädigen würde wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede und das wechselmodell ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung durch beide getrennt lebende und der herr josef barabasch der ist insofern involviert jetzt zurzeit aktuell weil wir wisst ja die mutter meiner kinder psychische gewalt gegen die kinder angewendet hat und aktuell momentan auch anwendet indem sie unsere kinder dazu zwingt den vater zu leugnen bei ihr zu leben vor gericht zu sagen die kinder sollen vor gericht sagen dass sie bei der mutter leben wollen aktuell macht sie diese psychische gewalt indem sie die älteste tochter trotz eines umgangsbeschluss nicht zu ihren geschwistern lässt und diese psychische gewalt da habe ich den herrn landrat heiner scheffold gefragt das zeige ich euch hier mal und zwar habe ich dem am 26 januar geschrieben sehr geehrter herr landrat scheffold was hat das jugendamt wegen der am 23 7 2019 verübten psychischen folter der frauen und da werden jetzt die mutter meiner kinder die tante und oma mütterlicherseits genannt an meinen vier kindern unternommen das ist das datum der audioaufnahme das nenne ich hier erst mal nicht sondern wer die videos verfolgt hat weiß dass ich sag stattdessen in diesem schreiben an den herrn landrat scheffold im alpdonau kreis von den diesbezüglichen eindeutigen nachweisen erhielten die jugendamts mitarbeiterinnen frau kim anja stark und frau nadine licht während deren hausbesuch bei mir am 26 9 2019 positive kenntnis also das war im september ich schreibe im januar und fragt was wurde denn da jetzt gemacht ja aufgrund des in diesem zusammenhang aktuell verwerflichen verhaltens am 24 1 2020 der vom jugendamt ausgewählten und beauftragten sozialpädagogischen familienhilfe in gestalt von herrn das ist der name des familienhelfers besteht dringender handlungsbesarf das jugendamt nimmt eine retraumatisierung der kinder in kauf ja hier gibt es den zusammenhang dass ja die mutter tante und oma am 23 7 per audio mitschnitt der ältesten tochter heimlich dokumentiert heimlich aufgenommen die psychische gewalt dokumentiert wurde ich habe den jugendamts mit der beiden kim anja stark und nadine licht bei deren hausbesuch bei mir am 26 september erzählt dass ich von einer psychologischen fachkraft erfahren habe dass das psychische gewalt ist psychische folter und narzisstischer missbrauch habe ich wortwörtlich den jugendamts mitarbeiterinnen gesagt da ist anscheinend nichts geschehen das habe ich nachgefragt und dann gab es eben diesen familienhelfer der am 24 ersten 2020 die gleiche psychische gewalt gegen alle meine vier kinder angewandt hat wie die mutter und die tante und die oma auch und deshalb schreibe ich hier dass die gefahr ja ist dass die kinder retraumatisiert werden wenn jetzt sogar der familienhelfer der vom jugendamt ausgewählt und bestimmt wurde er die kinder noch mit psychischer gewalt einschüchtert und dann habe ich den herrn landrat hier sehr nett aufgefordert dass er mir bitte bis zum 29 ersten eine antwort gibt und die antwort kam dann von dem herrn josef barabäisch den sehen wir hier das ist wie gesagt der jugend dezernent der chef der chefin des jugendamts alp donaukreis der hat dann mir geschrieben und zwar am 30 januar also immerhin gleich vier tage später sehr geehrter herr groganz herr landrat scheffert hat mich gebeten ihr oben genannte schreiben zu beantworten in dieser angelegenheit habe ich mich konkret und ausführlich kundig gemacht gut herr barabäisch wunderbar von unserem jugendamt wurde auf ihren wunsch die sozialpädagogische familienhilfe nach bla bla mit der beauftragten person beendet diese hilfe war seit 5 november 2019 mit ihrer schriftlichen zustimmung installiert die mitarbeiterinnen unseres jugendamts arbeiten fachlich kompetent korrekt und gesetzeskonform ein verwerfliches verhalten und untätigkeit liegt in keiner weise vor mit freundlichen grüßen josef barabäisch wenn der herr barabäisch so wie er hier schreibt sich angeblich in dieser eingelegenheit konkret und ausführlich kundig gemacht hat warum schreibt er denn da nichts zu der psychischen gewalt nach der ich ja gefragt habe was denn da das jugendamt unternimmt also ist hier offensichtlich der herr barabäisch hat mein schreiben das ihm der landrat weitergeleitet hat gar nicht richtig gelesen oder wollte es nicht richtig lesen ich nehme an er kann lesen vielleicht macht auch alles ein sekretär oder sekretärin ich weiß nicht ob er nur noch unterschreibt und sich die schach sachen gar nicht selbst richtig anschaut auf jeden fall war hier dieser brief des herrn barabäisch vom 30 januar auf meine frage beim landrat was denn das jugendamt wegen der psychischen gewalt gegen meine kinder im umfeld der mutter getan hat völlig an der sache vorbei obwohl sich ja der herr barabäisch angeblich in dieser sache konkret und ausführlich kundig gemacht hat es hat wahrscheinlich nicht so ganz jetzt geklappt danke fürs zuschauen und wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht ich mache noch ein video dazu es gibt nämlich dann noch mal eine antwort von dem herrn barabäisch dann bitte abonniert doch unseren kanal auf youtube den freifam kanal und aktiviert die glocke damit ihr über alle neuen videos benachrichtigt werdet und ihr könnt uns auch per e mail schreiben falls ihr selber skurrile erfahrungen habt zum teil ja auch kindeswohlgefährdende erfahrungen die vom also kindeswohlgefährdende die vom jugendamt ausgeht so wie es bei uns der fall ist durch den herrn josef barabäisch dann schreibt uns an info at freifam.de und wir berichten gerne darüber und ihr könnt auch spenden um unsere sache zu unterstützen nämlich die freiheit von familien die infos kriegt ihr jetzt im abspann da seht ihr einen link wo ihr dann die ganzen informationen bekommt danke fürs zuschauen und vielleicht ja bis zum teil 2 zur kindeswohlgefährdung die der herr josef barabäisch der jugendezernent des landratsamt alpdonorkreis zu verantworten hat tschüss nochmal danke fürs zuschauen